Moin Leute, Willkommen bei Wheels. Heute mit dem Smart Ford 2. Baujahr 2011. 71 PS. 1 Liter Hubraum. Automatik mit Schaltwippen. Multifunktionsradio plus Navi. Klima und Sitzheizung ist auch an Bord, genauso wie... So, und wie der Kleine klingt und ob er genug Grip hat, das testen wir jetzt. So Leute, das war es diese Woche von Wheels. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschöööööö. Moin Leute, Willkommen bei Wheels. Okay, let's... Ja, alles gut. Bitte nicht ins Bild halten, danke. Ist egal. Schlüsselloch. Hat er auch. Mal kurz eine Außencheck. Wie krieg ich denn in diese Szene jetzt Grip rein? Mit Traktionskontrolle. So, warte, ich hab aufs Mikro geguckt. Und nochmal Action. Du hast einen Summe auf. Ja, ich weiß nicht, wann ich. Wow. So, und wie er smart klingt und wie er abgeht und ob er genug Grip hat. Grip hat, sehen wir jetzt. Also, die Szene wär schon längst im Kasten. Mann. Schafft. Ja. Ja.